Ein KV, alles andere als langweilig. In meinem Beruf organisiere ich den Transport von vielen verschiedenen Waren weltweit. Zum Beispiel die Tulpe von Amsterdam nach Zürich oder Schweizer Schoky nach Tokio. Das mache ich mit dem LKW, mit der Bahn, mit dem Schiff oder mit dem Flugzeug. Ich fliege zwar nicht selber, aber ich organisiere den ganzen Transport. Am Ende meines Arbeitstags bin ich sehr stolz auf mich, weil ich weiss, was ich geleistet habe. Fracht bringt Abwechslung. Es ist zwar eine klassische kaufmännische Lehre, aber wir verschieben hier viel mehr als nur Zahlen. Wir bringen die Waren vom einen Ende der Welt ans andere. Während der Lehre darf ich schon ziemlich viel Verantwortung übernehmen, weil ich sorge dafür, dass der ganze Transport reibungslos abläuft und die Waren sicher ankommt. Teamwork ist in der Spedition sehr wichtig. Mein Team besteht nicht nur aus diesen Leuten um mich herum, sondern ist verteilt auf der ganzen Welt. Sprachen werden gelebt statt gebüffelt. Ich rede und schreibe mit Menschen aus den verschiedensten Ländern auf der ganzen Welt. Das ist spannend und ich trainiere jeden Tag Fremdsprache. Auch Italienisch, meine Muttersprache, kann ich sehr gut brauchen. Verhandeln und organisieren gehören zum Alltag. Häufig muss man recht flexibel sein und schnell reagieren. Aber genau das macht es so spannend. Durch meine Lehre bin ich richtig gut geworden im Organisieren. Schliesslich bin ich verantwortlich, dass die Ware auf dem besten Weg von A nach B kommt. Und das zu einem möglichst guten Preis. Verschiedene Ausbildungsmodelle Die Ausbildung zur Speditionskauffrau geht drei Jahre. Es gibt verschiedene Ausbildungsmodelle, so dass es für jeden genau passt. Und die Brussmotor mache ich gerade parallel zu der Lehre. Gute Aussichten für die Zukunft Die Chancen sind gut, dass ich in meinem Lehrbetrieb auch nach der Lehre weiterarbeiten kann. Und es gibt viele Weiterbildungsmöglichkeiten. Zum Beispiel zur Speditionsfachfrau. Ich kann aber auch nach meiner Lehre in jeder Spedition auf der ganzen Welt arbeiten. Aber das schauen wir noch. Für eine Lehre als Speditionskauffrau bringst du mit Verantwortungsbewusstsein, Kommunikationsfähigkeit, Freude an Sprachen, ein Flair für Zahlen, Teamgeist und Organisationstalent. Dich erwartet eine spannende KV-Lehre von drei Jahren. In einem internationalen Tätigkeitsfeld gemeinsam mit einem starken Team. Nach der Ausbildung hast du viele Weiterbildungsmöglichkeiten und die Chance auf einen Auslandsaufenthalt. Anf simplicity-resultat von drei Jahren. Anfzigkeitshydraten.